Der Superspasti-Modus. Ich rampele euch dann an, wie gesagt. Ich rampele euch an. Au! Ey, in den Arm! Die Faust in den Arm! Wirst du in den Arm gebufft. Gebumm, äh, gebufft. Ah, verliert den... Ah! Mike, irgendwo war's so schlecht. Das war so schlecht, Mike. Ich verliere eh. Ehe schlecht. Mike und Nico und Großfabi-Fabi ist auch da drin. Ach man, ich treffe nicht. Oh! Jetzt hab ich ein Ohrwurm, danke sehr. Ist doch hier aus Tanz der Vampire. Ist er aus Tanz der Vampire, kann das sein? Die Musical? Tanz der Vampire? Ja, ich glaube schon. Crispy Bacon! Mit der USB kann ich da nicht viel gegen setzen. Jetzt hier, jetzt... Ich kann so gerne Handys austeilen. 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 Easy, easy. Rosi dort. Da ist einer! Du glaubst hier! Diegel, One-Shot. Oh nein! Nein, 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 nein! Yo, Freilie, jetzt kommt die Diege! Das ist sehr schön. Rosi, ich bin sehr stolz auf dich. Was sag ich deinen Freunden dazu? Okay, dann passt das ja wieder. Oh, okay, dann passt das ja wieder. Oh, der kann wirklich... Was sind das für Hurensöhne? Oh, du meinst Hurensöhne! Oh, du meinst Hurensöhne! Ja, das ist der Neukerab. Ach, das ist Malte. Oh, der ist die Witter. Oh! Oh, ich hab noch 5 HP, Mike! Oh shut the fuck up, jetzt halt doch mal die Fresse, man. Ich bin nicht mal in Ruhe, hier. Äh, bitte ignoriert diesen Pisser. Rett mal jetzt nach Wulonga, what the fuck. Boop, boop. Du kopierst. Halt die Fresse. Patrick, verzieh dich. Oh, das war so schlecht von mir. Nein, das ist so kacke. Ich bin ein Stück lang auf deinem Kopf lang gelaufen, Fabian, hast du es gemerkt? Links. Hoffentlich. Halt die Fresse. Du bist ein Stück lang. Patrick, es gibt dir noch 5,6 und 2. Du wärst gestorben, du Opfer. 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 Bravo. 4,6 und 1,6. Flashbang. Ohhhh. Mann, wie viele Leute ich mute muss, Mann. Das ist so aus dem Zeck hier im Team, ne? Und wenn du so ein Mic im Team hast. Konzentriert der. Counting that Spanish shit, okay? Ja, komm mal. Flash mich halt alle zu Tode. Patrick, da kommen ganz viele. Da ist auch einer, aber der kämpft. Der kommt jetzt, Patrick. Links unten. Komm. Okay, so. Komm, lang da vorgeschnitten. Einer On-Spot. Einer direkt On-Spot. Aim up links unten. Zwei Stück jetzt. Drei Stück. Wo sie? Wo sie? Noch zwei Stück. Komm unter dir, komm unter dir. Links ist ne Leiter, Patrick. Links ist ne Leiter. Ja, tot. Nein. Kennst du nicht? Ja, äh, ich fuhr echt da. Ja, schon jetzt über euch. Können wir ja eigentlich den Mondkopf da oben an. Boah. Malte, über euch. Malte. So, eins, drei, eins. Mike, Mike Schnauze halten, ne? Ah, der, ne? Warum wollen wir das hin? Oh, er kommt durch. Ich helfe allen. Oh, armes Fabi, tufftuff. Du hilfst allen, du verrätst mich die ganze Zeit nur. Ich hab euch aber auch gesagt, wo der andere ist. Okay, Malte, er kommt gleich die Treppe hoch. Rechts, Malte, rechts. Ja, warte. Warte, noch ein Stück. Habi, geh mal. Oh, geh doch nicht zurück. Wallbang ihn. Wallbang ihn. Wallbang ihn. So. Ja. Jetzt weiß er, wo du bist. Ähm. Er pusht dich. Er pusht. Nein, er sucht sich erst mal ne richtige Waffe. Er, 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 er flasht. Warte, flasht raus. Flasht, flasht. Komm. Jetzt kommt er. Jetzt ist er oben. Er guckt zu dir. Er geht. Er guckt weg. Wallbang ihn. Ich hab dich schon gemütet. Hä? Wo ist der Drecksbaum? ohhhh. 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 Ohhhhh. Ohhhh ich hab jetzt mal drauf. Du Cloud! Das ist halt echt so nervig für Fabian muss ich sagen. Das ist richtig asozial. Mahanta ist der Molokka! Patrik Stink! Dududududududududu! Mahanta ist der Molokka! Ich mach alle! Musi, ruhig! Musi, ganz ruhig... Ich mach das. Dieser A-B-Typ, der ist so ein bisschen nett. Ach man, Pato. Warte, ich hab den... Ich muss die Band mitgeben, ich hab... Er lebt noch. Noch einer Patrick. Das ist Nico. Nico lebt. Oh. Mike, jetzt halt's Maul. Ohne Scheiß. Hm. What the fuck? One step forward, two step left. Woosiii... Amt tot. No, 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 no... Er hat mich übrigens scientific 그러면 Fabi baut. Wo war Fabi? in dem Loch. Der steht oben. Der steht noch oben und aimt sich ab. Genau da ungefähr, da unten war er, als er mich getötet hatte. Wo er jetzt ist, das werde ich dir selbstverständlich nicht verraten. Oh Leute, wie komme ich hier runter? Ich dachte, ich wäre noch nicht mal runtergekommen da. Ich dachte, ich wäre da noch nicht runtergesprungen, weißt du? Auf einmal bin ich da unten und ich dachte mir so, scheiße! Nein, du hast nicht mehr die Mission, ich muss damit Abschlüsse machen. Ja, ich brauche das Geld. Wenn ich sterbe, brauche ich das Geld, okay? Hast du den Fabian? Ja. Ja. Gar nicht so schlecht. Ja, der kippt mir im Laufen, ey. Leckloch. Fresse. 26, er hätte in die Fresse. Oh nein, da kommt der durch. Oh Gott, war ich abgelenkt, war einfach durch meinen Mate, ey. Sind wir die Richtigen? Was denn jetzt? Hallo? 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 Hi Pixel. Hast du gefragt? Ja, Alex ist nicht da, also. Kannst du einen A-Schritt haben? Da, da, da. Das ist ja echt eine Frechheit. Würchte bitte deine Befugnisse sehen. Ähm, das A. A, achso. Befugnis Szenar! Weißt du was, Patrick? Er steht über dir. Oh, ist der Kacke. Oh Gott! Oh Gott! Er ist auch befugt über dich. Ähm, Happy. Ey, guck mal durch die Wand. Ey Patrick, das durch die Wand auf einen. Echt? Ja, Schießern müssen auf deine Leute. Du bist ein Held, Junge. Du bist ein Held. Du bist ein Held. Oha. Fabian? Bloß keine Steps machen. Das könnten Gegner in der Nähe sein. Nein, lass die in Ruhe. Lass sie da liegen. Das ist schon eine hübsche AWP, die du da hast. Was? Warum? Warum? Warum kann ich nicht singen? Ich weiß nicht. Du musst wohnen. Wow. Sei seriallisch. Seriallisch? 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 Patrick, hinter dir? Ich weiß nicht. Oh, da war doch... Achso, das war deiner. Patrick, hinter dir. Patrick, hinter dir. Halt Maul. Thank you. Oh Gott, der ist so dumm! Wow! Was geht bei dem Typen vorhin? Du hast so perfekt geplant, ey, eigentlich. Was? Hallo, Alex. Nein! Was, ich? Machst du erstmal Spiele-Kills wie ich, also halt's Maul, Mike. Ich bin doch nicht richtig. Es wäre ein Pfeil, wenn du den Pfeil schüttelst. Ich habe gerade in der Hunde drei Nose-Komsterfeile. Du hast ja schon der Bomb-Spot mit Gegnern. Ich bin sorry, ich kann das nicht ändern. Oh, Patrick. Ich weiß nicht. Was machen wir? Du bist gut, Alter. Kommt hier. Geht ein Malte noch? Ja. Na, sehe ich hier. Alter, da geht einer und gleich geht gerade hinter dir auf B drauf. Zu deiner rechten. Ich fahre. Ja, weiter rechts. Oh, Mann, dieser Wut. Nicht so weiter. Ah! Geh, den Kopf gekriegt, ey. Hors d'oeuvre. Was? Oh, D'oeuvre heißt der Typ. Mein Dugget. Er hat meinen AWP. Das ist ja eine Frechheit. Wie kann er es wagen? Er stirbt nächste Runde auf jeden Fall. Durch meine Hand. So, jetzt heißt es eine Minute warten, weil sie ihn nicht finden werden. Ich brauche noch einen AWP-Kill. Oh doch, der eine kommt. Warte. Der eine kommt. Noll. Okay. Erwartet nicht so viel, die können nicht schießen. Die können nicht schießen. Boah, wie der ruckelt der eine, ne? Dieser Navi-Stalker. So, du willst mich alle verarschen. Ich hab 10 Puls. 1, 2, 6. Die sind doch alle scheiße und scheiße. Die sind doch alle scheiße. UBEL. Ja, jetzt. Ich bin ein Teil. Warum schießt da immer so viele? Du läufst, du siehst. Ich bin ein Teil. Ich bin ein Teil. Ich bin ein Teil. Ja, schieß nur weiter auf jeden Fall. Okay. Ich hasse sowas. Was hat genau gemacht? Er ist oben am CT, Fabian. Der deine Abo hat. Alter, diese Autos gab es schon wieder, ne? Wurde von der Degen. Backspray. Vor dir, Malt. Hast du gesehen? Links noch einer. Hast du überhaupt gesehen? Beide geradeaus im Gang, jetzt beim Zug. Erstmal den Typ kicken. Der ist beide am CT, ist vorn. Und einer ist 8K. Wow, Patrick. Er ist ein 8K, kickst du den? Mhm. Beide am CT spawnen, oben jetzt. Oben, Maltel, GF. Umdrehen. Ja, muss man halt so. Achter, Alter. Jetzt durch die Wand schauen. Mobeln. Geradeaus durch die Wand. Ja, entschießt die genauer. Schieß. Nein, Maltel. Ja, das kommt halt schon. Wie rund mal einer. Held. Weg. Links. Gesehen. Ich hab alle AWP aufschlüsse, also ist ja auch noch nichts. Jetzt wollen wir können nicht. Jetzt haben wir es halt mal so kacke. Es ist nicht vorbei. Patrick, komm zu dir und mich mit einer Töte, okay? Weil ich might have a comeback. Patrick, mach die mit dir, okay? Okay. Wir might have a comeback. Oh Gott, da ist ja schon, Alter! P90 faggelt. Zoomlös! Zoomlös! Oh, ne. Alter, noch gehittet. Oh Gott. Hier sterben so viele Menschen. Warum sind eigentlich alle auf A und ich bin alleine auf B? Das ist so ne Frechheit, ne? Aua. Halt, die gucken aber bei mir. Bei dir. Bei dir. Mann. Jetzt? Kann ich? Äh, ja. Links oben. Links oben gucken. Ja. Ja, ne. Weiter rechts. Ja, genau. Oder einer kommt hinter dir, genau. Bombe ist verdammter Kriegerhaft. Er kommt. Zu dir rein. Er kommt rechts. Boah. Free Fire. Free Fire. Woher weißt du das? Du hast ein Wallhack. Mike! Ah, sorry Patrick. Einer kommt rechts. Patrick, das tut mir voll leid. Ich wusste nicht, das ist das Bisschen. Noch einer. Zwei. Jo. Nicht. Jetzt kommt er. Jetzt wird sich an der Strecke. Rechts. Rechts. Schieß rein. Schieß. Haha, nur tiefer. Da ist noch einer. Und von dir. Ah. Gut, da hast du dein Wallhack ein bisschen widerlegt damit gerade. Was? Du hast ihn gerade in nem Smoke geholt, hast du kleine Cheater-Sau. Ich hab's jetzt in nem... Ohhhh. Ist ja schlecht. Oh Gott. Er tut ziemlich alles von dem. Alle gegen Husi. 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 Oh nein. Husi, du hat keinen Job. Nehm sie aber. Guck mal wer MC hat. Pussy. 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 Ja, für deinen Wallhack bin ich schon der Kanz. Hast du grad gesagt Pussy? Pussy. Pussy. Pussy Pussy. Pussy Pussy. Pussy Pussy. Pussy Pussy. 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 Also dass er in den Gang kommt, der Erste, der geschlichen ist. Der Patrick war das. Pussy. 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 Oh Malte, das war ja jetzt mal richtig... Schäger durch die Wand gerade Anders nach links Anders nach links Wo ist Mike? Nein, 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 ich will nichts hören Mike tut dich auch so Mike ist Acker Hose dir doch Lisa und dem dummen Ding da rumgefallen Komm noch raus zu Spaß, du hast 88 gefressen! 88? Er hat was Böses gefressen Oh Gott, oh Gott, hast du ein Glück? Mike, das letzte Runde mach mal hin Wuppwupp!